Die Senn Alpine Consulting hat ihren Sitz in Rinn. Dr. Matthias Senn ist Biologe und beschäftigt sich mit Themen, wo potenziell Gefahren und Risiken lauern. Schwerpunkte sind dabei Verfahrenstechnik und Wasserqualität. Sowohl wir Menschen als auch die Natur kommen mit Kunstschnee in direkten Kontakt. Daher ist es wichtig, auf die Qualität des Wassers zu achten, mit dem man Kunstschnee erzeugt. Tirol hat hier strenge gesetzliche Vorgaben. Das Schneiwasser muss Trinkwasserqualität haben. Die Risikoanalyse der Senn Alpine Consulting ermöglicht Skiliftbetreibern, vorab zu prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen zur Erfüllung von Hygienevorschriften notwendig sind oder nicht, individuell auf das jeweilige Gebiet abgestimmt. Durch dieses Service wird die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheit für Mensch und Umwelt gewährleistet, ohne unnötige Investitionen tätigen zu müssen. Das fördert auch den Nachhaltigkeitsgedanken. ... ... ... ...